Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja heute haben wir ein etwas besonderes Video, nämlich das letzte FIFA 21 Video hier auf meinem Kanal und damit natürlich auch die letzte RTG-Folge. Keine Sorge, nächstes Jahr wird es natürlich wieder eine RTG zu FIFA 22 geben, aber für dieses Jahr ist es mit dem Video hier vorbei. Und ja, ich möchte euch jetzt hier abschließend nochmal so die besten Momente von diesem FIFA-Jahr zeigen, das heißt Packs, WikiLeaks, sonstige Stream-Highlights, alles hier in diesem Video nochmal als Best-Of zusammen. Und ja Jungs, wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall gerne einen Like da, schreibt doch gerne einen Kommentar, würde mich sehr freuen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, es ist endlich soweit, die FIFA 21 Web App steht vor der Tür und damit auch unsere RTG. Haben wir noch irgendwas, was wir mitnehmen müssen? AXT ist vielleicht noch? Ah, weiß nicht. Ne, ne, lassen wir so. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Okay, erstes Spiel für FIFA 21 in die Weekend League. Wir gehen rein! Ich hab Bock. Komm schon! Ah, ich spiele direkt gegen so ein Motherfucker-Team, ey. Nein! Na, komm, Digga, ich gehe hier raus aus dem Spiel. Es hat keinen Sinn. Fuck, Digga. Direkt erstes Spiel verloren. Also Jungs, wir haben jetzt hier das Icon-Pack. Wir werden es jetzt ziehen. Ihr seht schon, schwarzer Bildschirm. Wie gesagt, Icon-Roulette. Ihr werdet gleich sehen, wie es funktioniert. Wir werden jetzt das Icon-Roulette starten. Der Spieler ist in meinem Verein. Und wir müssen jetzt jede einzelne, ja, Nation, von der es Icons gibt, durchgehen. Und dann sehen, was wir bekommen. Warte, nein, nein, nein. Oh mein fucking Gott. Aber hat man es gesehen? Hat man es gesehen? Ich hab nicht hingeguckt, Jungs. Schreibt nicht rein, ob man es gesehen hat. Schreibt nicht rein. Ich muss mal ganz kurz... Hat man es gesehen? Ich weiß es nicht. Ich hab Baggio gezogen. Scheiße, Digga, ich hab es jetzt gesehen. Digga, ich hab es komplett verkacken. Aber Baggio ist okay. Baggio ist okay. Wir machen den nächsten Plan. Komm, gib mir jetzt zahre. Ich will zahre sehen, Jungs. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Jungs. Wir machen erst mal Brasilien, Jungs. Ich würde Brasilien angucken. Das ist sehr wichtig. Was eine geile Karte, Jungs. Eine richtig gute Karte. Er ist nämlich richtig gut als Innenverteidiger. Jungs, Jungs, Jungs. Ich bin gerade mit Marc und Maxi im Discord. Wir haben 80 plus gemacht. Ich hab Cristiano Ronaldo gezogen. Das ist kein Fake. Ich zeige euch das ganz kurz. Digga, ihr habt leider meine Reaktion. Ich hab die Reaktion nicht gesehen. Es ist crazy. Walkout. Oh, Digga, ich war gerade irgendwie bei Headliner. What the fuck? Ja, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay. Das funktioniert. Ja, Doppeltrend. Und rein da. Komm, yalla. Gib mir was. Komm schon, bitte. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Nein, das ist Pires. Das ist Pires, glaube ich. Ja. Nein, das ist Pires. Das ist Pires, glaube ich. Nein. Ja. Schliebt bei euch alle, Digga. Guckt geht raus an euch. Ich küsse eure Augen. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich küsse alle eure Augen. Und wer hat gesagt, dass ich EikePack machen soll? Wer sagt bitte alle, wer es gesagt hat? Ich küsse alle eure Augen persönlich. Ihr seid mit im Video. Schreibt, wer gesagt hat, ich soll EikePack machen. Oh, zack. Ja, die sind sehr voll schlecht. Ja, die sind sehr voll schlecht. Also ich habe ja ein, zwei von denen gemacht. Da war ja was Gutes drin. Aber ich glaube, dass man ein Hottie rausbekommt, ist sehr unwahrscheinlich. Ja, ich glaube, dass man ein Hottie rausbekommt, ist sehr unwahrscheinlich. Was den die schon ein Hottie rausbekommen haben? Das ist trotzdem sehr unwahrscheinlich. Das kann nicht sein. Oh, mein Gott. Mark. Dicker. Let's go. What the fuck? Jaffi Pranks, man. Das ist zu krass, Mann. Es ist zu krass, dieser Glitch. Es ist zu krass, Mann. We did it, Box. We did it. Gelbe für Zeitspielen. Die nehme ich mit, die gelbe. Die nehme ich mit. Ja, look at this statistic. Oh, mein Gott. Das ist nicht die beste Welt ever. Ihr habt recht, ey. So, dann geben wir das letzte Team jetzt auch noch ab. Und dann haben wir gleich Messi. Beziehungsweise jetzt. Da ist er. So, komm. Laub raus. Eine Ära beginnt. Viele Ehren haben geendet, aber da beginnt eine neue. Lionel Messi. 3, 2, 1, let's go. Bin ich mal gespannt, was da kommen kann. Champions League, Digga. Ich fick doch mein Leben. Mbappé, Digga. Mbappé. Mbappé. Ich würde vorschlagen, wir gehen wie immer in den ersten Player Pick, Nation Player Pick ganz normal rein. Und ich nehme jetzt mal den Linken. Ich glaube, der Link hat Potenzial, Jungs. Oh mein Gott. Salah, was? Let's go. Oder warte, ist es Salah? Gibt es da noch wen anders? Higazi? Nein. Yay. Don't do this. Wir beginnen. Ich war, ich hab jetzt, die Nation wissen wir nicht. Ich hab einfach grad random einen, einen genommen. Ja, es gibt ein IV. Okay. Ja, Guacamole. Yay. Es ist Zeit heute. Es ist Zeit. So, Jungs, jetzt kommt er. Wenn jetzt viel Physis kommt, dann bin ich am Arsch. Ja, es ist Zeit, heute mal zuzuschlagen für mich. Es ist Zeit. Ich bin Zeit, Junge. Es ist Zeit, EA. Es ist Zeit. It's time, EA. It's time. Junge. Wie gut, Mann. Endlich. Endlich, endlich, endlich mal gelackt, Mann. Nichts Besonderes dabei. Geben wir auch das ab. Und auch hier machen wir wieder ein Detsch-Vivir. Dann gehen wir jetzt hier rein. Zack. Pack öffnet sich. Dann drücke ich R3. Gehe hier auf die Stats. Und dann können wir uns das Ganze angucken. Schau mal, nicht so gut, um ehrlich zu sein. Philipp Max, der Erste, ist nicht so gut. Das sieht gut aus. Oh, das sieht sehr gut aus. Sehr gut aus. Ist das ein Retzka? Oh mein Gott, Digga. Let's go. Oh mein Gott, Digga. Leon, du rennst auch noch am Start. Was? 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 Was der Fick? Was der Fick? Was kostet der? 1.5 million. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich mach hier grad Vorschau-Packs. Ja moin, Digga. Kommt einfach her an der Crespo. Meine erste Eintel. Haben wir so. Vorschau-Pack. 45 K-Pack war das, glaube ich. Krank, Mann. Ich clip das mal ganz kurz. Kann ich euch das zeigen? Ja moin. Da ist es. Da bin ich schon noch. Her an der Crespo. Ich öffne so. Ich denk so. Das weiß. Das ist so reich. Ich weiß nicht, wo ich das mit reinschneide. Und wie ich das irgendwo sonst mit reinschneide. Aber geil, Mann. Geil, 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 geil. Oh, big deal, Jungs. Fucking big deal. 15 K-Nur für die ganze SBC bezahlt. Das heißt, wenn man wenig bezahlt, wird man groß belohnt, Jungs. Vertraut mir. Ihr werdet jetzt sehen. MAPI und Varane im Pack. Beide. Komm auch nicht, ey. Erst mal hier so ein hässliches Zwei-Spieler-Pack machen. Varkout. Aran. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a kitty, yo. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a kitty, yo. Das war die krafteste Ansage meines Lebens, Digga. Das war die krafteste Ansage meines Lebens, Digga. Das war die krafteste Ansage meines Lebens, Digga. Zack, die Bohne, Jungs. Zack, die Bohne, Jungs. Aua. Oh, Workout. Eiken, das ist ein Eiken. Oh, Stolzgauf. Eiken, Jungs. Die zweite dieses Jahr. Die zweite Eiken. Eiken, 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 Eiken. Schmäh, das ist tradable, tradable, tradable. Ich hau das an fucking Fireman. Eiken, 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 Eiken